Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Unravel. Ja, wir sind hier stehen geblieben und ich wusste nicht mehr, wie ich jetzt hier irgendwie weiterkomme. Jetzt ist mir natürlich eine Idee gekommen. Ich weiß aber nicht, ob die was bringt. Ich habe wirklich nochmal richtig nachgedacht und ich bin mal gespannt, ob das klappt. Genau, so. Okay. Und zwar so. Klappt das? Klappt das? Jawohl. Das hat definitiv funktioniert. Oioioi, wir sind ziemlich schnell unterwegs und haben es eigentlich auch gleich bestimmt schon geschafft. Ich könnte mir jetzt nur noch vorstellen, dass es die letzte Hürde war. Ja, war es auch. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Kommen wieder ein paar Erinnerungen hinzu. Das Meer. Manche Orte liegen weit, weit von allen Sorgen und Problemen entfernt. Sie sind Schätze. Ach, wie süß. Okay, das war's. Jetzt muss ich mal gucken. Wohin wir jetzt als nächstes reisen. Die Stille und Gräser hatten wir ja schon. Das Bärenmoor. Da können wir jetzt rein. Wir können jetzt in das Bärenmoor. Und da hinten sind auch noch welche. Aber ich denke, wir machen jetzt erst das Bärenmoor. Und schauen, was uns da erwartet. Damit sie sich nicht verlaufen mit dem roten Bindfaden. Die Grafik ist ja mega schön. Also es ist echt klasse gemacht. Und es ist einfach so putzig. Ehrlich. Es wird aber jetzt ein bisschen düsterer, habe ich das Gefühl. Hochala, hochala, hochala. Schwimm, 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 kleiner Freund. Schwimm. Okay. Das kann ich ja, aber... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt... Ja, ich bin allsoffen. Wie könnte ich das regeln? Oh. Aha, okay. Jetzt müssen wir... Ja, ja. So geht das. Okay. Komm, 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 komm. Oh, da. Ah. Okay. Okay, 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 okay. Ich habe es verstanden. Ich muss das hier hinholen. Ah, nein. Jetzt fährt es wieder weg. Okay. Ach, mein Gott. Okay, versuchen wir das nochmal. Okay. Ich muss das mal loswerden. Ich muss das mal loswerden. So vielleicht? Ähm, wie kann ich das jetzt ziehen? So kann ich das nicht ziehen. Okay, okay. Das sieht total witzig aus wahrscheinlich, wie ich das da gerade mache. Oh, oh, oh. Moment, Moment, Moment. Vielleicht klappt es ja jetzt. Nein, 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 nein. Ich muss nicht ertrinken. Ich hatte einen Plan. Der war gut. Ich denke ich zumindest. Ich denke zumindest, dass ich einen Plan hatte. Okay. Okay. Oh. Oh. Hm. So, so super. Jetzt komme ich noch nie an das Boot. Okay, 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 okay. Nein, 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 nein. Ich muss erst das Boot haben. Ach nein. 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 Nein, 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 nein. Das muss ich jetzt abmachen. Genau, wenn das auf diese Distanz bleibt, ist das perfekt. Aber das ist da zu weit. Jetzt komm her, Boot. Irgendwas mache ich falsch. Lass mich das jetzt nochmal überdenken. So, das Boot hier mache ich jetzt. Okay. Aber das, das haut ja dann ab, das Boot. Hmm. Hm. Machen wir so. Warte mal. So. Hä? Wieso das denn jetzt? Wieso hat er sich denn jetzt gelöst? Was ist das denn noch mal? Nein, 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 ich ertrinke, ich weiß nicht, wie ich da weiterkomme. Scheiße. Wie komme ich da weiter? Ach, das ist bestimmt wieder so simpel, dass ich wieder nicht draufkomme, wie immer. Ich komme nie auf so eine Scheiße. Hallo, 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 was war das denn jetzt, ey? Okay. 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 So, wie kriege ich jetzt das? Das ist schon mal richtig, dass das da fest hängt. Ich muss vorher das Boot noch irgendwie kriegen. Dann, 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 dann. Okay. Ja, es könnte klappen, aber ich kann ja da nicht schwimmen. So, jetzt habe ich. Endlich. Oh, bitte. Bitte, bitte. Oh nein, 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 nein. Okay. 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 Wie ist alles? Ja. Und jetzt in vaisyland Das war's. Oh, jetzt bitte nicht, ey. Nein, jetzt geht er nach oben. Oh mein Gott, ey, ich komm da nicht weiter. So langsam werde ich sauer. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was ich da übersehe. So. 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 So, und das habe ich jetzt. Ja, jetzt. Oh mein Gott, bitte bitte. Bitte 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 bitte. Bitte bitte bitte. Oh mein Gott. Jaaaaaaaaaaaaah. Ich sag das zwar nie, aber das feiere ich ey. Was ist denn das jetzt? Okay. Ich wollte schon sagen. Oh, wie süß war das denn gerade, bitte? Oh, holla. Oh, es war knapp. Hätte auch schief gehen können. Ach, da. Los, 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 los. Jawohl. Okay, die kriege ich nicht bewegt. Ähm. Ich wollte sagen, da komme ich aber so nicht drum. Müsste ich schieben. Genau, schön weiter treiben. Wir sehen gerade wieder eine Erinnerung. Und die Mücken verfolgen mich gerade. Und kriegen wir das noch mit? Jawohl, kriegen wir. Huch, nein. Oh mein Gott. Nein. Da muss ich vorher abspringen. Oh, kacke. Hä? Ach, da ist es. So. Oh mein Gott, diese scheiß Mücken, ey. Das ist ja wie in echt. Jawohl, ich ersaufe. Oh, das ist doch ätzend. Oh, nein Gott, ey. Oh, das ist doch, 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 das ist doch. Oh ne, komm, komm Scheiße Yay, kriege ich das denn so hoch? So aber Jawohl, jawohl, ja Prima Zack Hochhalla, wo sind wir denn? Aber Nein, ich will da nicht hoch Ich will da runter Ich will da nicht hoch Okay, jetzt habe ich es aber, glaube ich. Okay, wie soll ich das jetzt machen? Irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe es nicht gesehen, wie ich es nicht gesehen habe. Wie soll ich denn da jetzt? Muss ich da irgendwie hoch? Oder was muss ich tun? Ja, super. Ich habe nicht mehr genug Band. Ach, jetzt müssen wir alles nochmal auf Anfang machen. Hier, ey. Sag mal. Alles nochmal auf Anfang. Mal erstmal wieder Band einkegeln. Ich kann hier so... Okay. Okay. Nein. Ach Mensch. Nein, mach das ab. Okay. Juhu. Ähm, das ist nicht gut, oder? Ach so. Nein, jetzt hat er wieder reingedrückt. Obwohl doch, das ist doch... Naja. Muss man so wieder rausdrücken, dann muss ich eh gleich einen Cut machen. So. Oh, wisst ihr was? Scheiß das auf diese blöde Blume, ne? Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Da. Okay, Leute. Ich muss jetzt aber einen Cut machen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.